Es wird Zeit für die zweite Episode aus meiner Playlist Rechnen mit Vektoren. Heute mit einer neuen Rechenoperation, die man als sogenannte Skalare Multiplikation bezeichnet. Für diese Rechenoperation gibt es, na klar, eine wunderbare geometrische Interpretation, aus der ich gemeinsam mit dir ein paar wichtige Eigenschaften ableiten möchte. Wir schauen uns also an, was diese Skalare Multiplikation genau ist, wie man Vektoren mit Bleistift und Lineal Skalar multipliziert und finden dann auch automatisch die Grundlage für den rechnerischen Anteil. All das kurz und knapp in diesem Video. Aber zuallererst, wenn wir von der Skalaren Multiplikation sprechen, dann meinen wir die Multiplikation eines Skalars mit einem Vektor. Und auch wenn noch zu klären sein wird, wie man hier genau multipliziert, bleibt ganz am Anfang die Frage, was so ein Skalar überhaupt ist. Man könnte natürlich meinen, dass damit die Multiplikation mit einem zweiten Vektor gemeint ist. Aber diese sogenannte Vektor Multiplikation, die schauen wir uns erst in den Episoden 4 und 5 an. Die soll es für heute also noch nicht sein. Damit bleibt dann nur noch die zweite Alternative. Ein Skalar ist nichts anderes als eine Zahl. Wir multiplizieren einen Vektor mit einer Zahl. Wie die Multiplikation genau ablaufen sollte, die Ideen holen wir uns wieder von der Zahlengeraden und der Multiplikation zweier Zahlen. Oder sollte ich besser sagen, der Multiplikation eines Skalars mit einer anderen Zahl? Wie auch immer. Vier mal zwei. Das ist doch nur eine Abkürzung dafür, dass man die zwei viermal addiert. Also den gelben Pfeil viermal aneinander hängt und beim Produkt acht landet. Beim zweiten Beispiel, bei minus drei mal zwei, da läuft es wieder ähnlich. Der gelbe Pfeil wird dreimal aneinander gehängt, also auf das dreifache gestreckt. Durch das Minuszeichen des Skalars zeigt er aber in entgegengesetzte Richtung. Man landet beim blauen Pfeil, dem Produkt minus 6. Die Regel bleibt auch erhalten, wenn du einen negativen Skalar mit einer negativen Zahl multiplizierst. Der blaue Pfeil wird wieder auf die dreifache Länge des gelben gestreckt und zeigt aufgrund des Vorzeichen des Skalars in entgegengesetzte Richtung. Genau diese Idee des Streckens und Stauchens, des Vervielfachens, diese Idee kann man auch auf Vektoren übertragen und führt zu der neuen Rechenoperation. Wenn du zum Beispiel den Vektor 4,3 mit 2 multiplizierst, dann verdoppelst du ihn. Rein geometrisch wird derselbe Vektor also hinten ran gehängt. Vom Start bis zum Endpunkt erhältst du einen neuen Vektor, den man ruhig als das Doppelte bezeichnen kann. Sieht man ja auch ganz gut an seinen Koordinaten. Multiplikation mit anderen Skalaren ändert einfach die Länge des blauen Vektors. Multiplizierst du den gelben Vektor beispielsweise mit 0,5. So ist der blaue Vektor am Ende nur noch halb so lang wie ursprünglich. Multiplikation mit –1, das lässt die Länge des blauen Vektors im Vergleich zum gelben gleich, kehrt aber die Richtung um. Du bildest also den Gegenvektor. Mit welchem Skalar, mit welcher Zahl du also den gelben Vektor multiplizierst. Das Ergebnis, der blaue Vektor ist nur eine skalierte Version davon. Seine Länge wird geändert, die Richtung aber beibehalten oder bei negativen Skalaren umgekehrt. Im Prinzip bewegst du dich mit all den Skalarenvielfachen auf einer Geraden, auf der auch der ursprüngliche gelbe Vektor liegt. Kein Wunder also, dass die Skalare Multiplikation später bei der vektoriellen Beschreibung von Geraden in der Ebene und im Raum eine extrem wichtige Rolle spielen werden. Vom rechnerischen Aspekt her ist die neue Rechenoperation ähnlich dem der letzten beiden Videos. Denn dieses Skalieren der Länge bei gleichzeitigem Beibehalten der Richtung, naja, das klappt natürlich nur dann, wenn du den Skalar quasi in jede Komponente rein multiplizierst. In der x-Komponente rechnet man also –2 mal 4, was genau –8 ergibt, in der y-Komponente analog –2 mal 3. Diese Multiplikation des Skalars in jeder Komponente sorgt am Ende für die Beibehaltung der Richtung. Schließlich werden die Koordinaten eines Vektors im selben Maß geändert. Und na klar, im Dreidimensionalen kommt dann noch eine Rechnung in der z-Komponente hinzu. Apropos 3D. Auch hier möchte ich dir natürlich nicht vorenthalten, wie dieses Strecken und Stauchen, dieses Vervielfachen von Vektoren im dreidimensionalen Raum aussieht. Mit dem Vektor 4, –2 und 2 und der Gerade entlang der, der Vektor skaliert wird, siehst du nochmal recht deutlich den Einfluss des Skalars. Die Richtung bleibt bis auf das Vorzeichen erhalten, die Länge ändert sich mit dem Wert des Skalars. Wenn du also einen Vektor mit einem Skalar multiplizierst, dann erhältst du als Ergebnis als allererstes wieder einen Vektor. Dieser Vektor ist aber nur ein Vielfaches des Ursprünglichen. Er entsteht, indem du den Skalar in jede Komponente multiplizierst. Somit stimmt zwar am Ende nicht mehr die Länge mit dem Original überein, die Richtung allerdings bleibt gleich oder wird bei negativen Skalaren umgekehrt. Die Vielfache eines Vektors liegen alle auf einer Geraden und diese Skalierung eines Vektors entlang dieser Gerade. Das ist die eigentliche Bedeutung für den Begriff Skalar. Die Vektor